Als Analphabetismus bezeichnet man kulturell, bildungs- oder psychisch bedingte individuelle Defizite im Lesen oder Schreiben bis hin zu völligem Unvermögen in diesen Disziplinen. Erste dagegen eine ganze Sprach- oder Kulturgemeinschaft betroffen, was im Laufe des 20. Jahrhunderts sehr selten geworden ist. Spricht man von Schriftlosigkeit, Mündlichkeitskultur bzw. Oralität. Das Fehlen einer in einer Kultur verankerten Lese- bzw. Schreibfähigkeit wird als Illiteralität bezeichnet. 2003 galten weltweit 862 Millionen Menschen als Analphabeten. In Deutschland waren 2011 nach einer Studie der Universität Hamburg ca. 4% bzw. 2 Millionen der Erwachsenen totale sowie mehr als 14% bzw. 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Der Gegensatz zum Analphabeten, dem Nicht-Lesen-Können-Enden, ist der Alphabet. Definitionen und Differenzierungen Der Prozess vom Analphabetismus bis zur Lesefähigkeit wird Alphabetisierung genannt. Die Analphabetenrate ist der Anteil der Erwachsenenbevölkerung, der nicht lesen und schreiben kann. Der Gegenwert ist der Alphabetisierungsgrad. Für Analphabetismus gibt es mehrere Definitionen. Primärer Analphabetismus liegt vor, wenn ein Mensch weder schreiben noch lesen kann und beides auch nie gelernt hat. In Entwicklungsländern und Schwellenländern ist die Analphabetismusquote höher als in Industriestaaten. Sekundärer Analphabetismus ist ein Begriff, der seit den 1970er Jahren in Fällen verwendet wird, bei denen die Fähigkeiten zum schriftlichen Umgang mit Sprache wieder verlernt wurden. Als eine der Ursachen hierfür gilt, dass Schrift- und Printmedien an Bedeutung verloren haben. Semianalphabetismus liegt vor, wenn Menschen zwar lesen, aber nicht schreiben können. Als funktionaler Analphabetismus oder Elektrismus wird die Unfähigkeit bezeichnet, die Schrift im Alltag so zu gebrauchen, wie es im sozialen Kontext als selbstverständlich angesehen wird. Funktionale Analphabeten sind Menschen, die zwar Buchstaben erkennen und durchaus in der Lage sind, ihren Namen und ein paar Wörter zu schreiben, die jedoch den Sinn eines etwas längeren Textes entweder gar nicht verstehen oder nicht schnell und mühelos genug verstehen. Um praktischen Nutzen davon zu haben, eine feste Grenze zwischen verstehen und nicht verstehen, existiert dabei nicht. Auch in vielen Industrieländern gibt es sogenannte funktionale Analphabeten, obwohl diese den Besuch eines allgemein zugänglichen Bildungssystems vorweisen können, die dort mehr oder minder mangelhaft erlernten Fähigkeiten aber zwischenzeitlich wieder teilweise oder vollständig verlernt haben. Analphabetismus und Behinderung Analphabetismus kann durch eine Behinderung, vor allem durch eine geistige Behinderung oder längerfristige bzw. chronische Krankheit verursacht oder mit dem als Lernbehinderung bezeichneten Komplex verbunden sein. Er gilt in Deutschland der geltenden Rechtsprechung nach der noch nicht als Form der Behinderung. Wenn gleich der Analphabetismus nach aktuellen Untersuchungen nachweislich zu einer erheblichen Behinderung der persönlichen und sozialen Integration des einzelnen Menschen führt, die Aussichtslosigkeit als Analphabet auf dem Arbeitsmarkt eine Arbeit zu finden, die ein Einkommen oberhalb der unten genannten Bezugsgröße ermöglicht, gilt rechtlich nicht als Behinderung. Rechte von Analphabeten in Deutschland Da als erwerbsunfähig gemäß 44 Abs. 2 Satz 1 SGBVI nur solche Versicherte gelten, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, eine Erwerbstätigkeit in gewisser Regelmäßigkeit auszuüben oder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu erzielen, dass ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße übersteigt und da dabei die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht berücksichtigt werden darf, haben Analphabeten, die keine Arbeit finden, keinen Anspruch auf eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Im Jahr 2007 gab es eine Bundesratsinitiative des Hamburger Senats. Einheitliche Standards hinsichtlich der Sprachkenntnisse bei Einbürgerungsverfahren in Deutschland zu setzen, der damalige CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Alexander Martin Sardiner thematisierte die Problematik der Einbürgerung von Analphabetinnen und Analphabeten daraufhin. Im Landesparlament laut einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg in Mannheim vom Februar 2009 hat ein ausländischer Analphabet in Deutschland keinen Anspruch darauf, eingebürgert zu werden. Eine soziale, politische und gesellschaftliche Integration setze die Möglichkeit voraus, hiesige Medien zu verstehen und mit der deutschen Bevölkerung zu kommunizieren. Für eine ausreichende Integration sei zu verlangen, dass er schriftliche Erklärungen, die in seinem Namen abgegeben werden, zumindest ihrem wesentlichen Inhalt nach selbstständig auf Richtigkeit überprüfen könne, Analphabetismus nach Ländern. Die Leo-Level-One-Studie ermittelte einen Wert von 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten in Deutschland. Auf Basis dieser Daten errechnete der Neuköllner Verein Lesen plus Schreiben e.V., dass 316.000 Menschen in Berlin nicht richtig lesen und schreiben können. In Frankreich erschien am 28. November 2013 eine Studie vom Institut National de la Statistique des Etudes Economyquises. Demnach sind rund 11% aller Franzosen Analphabeten. In der Region Ile-de-France haben zwei Drittel dieser Menschen ihre Schulzeit nicht in Frankreich verbracht, es sind ein Wanderer. In Italien betrug 1861 die Analphabetismusquote 78%. Laut einem Zensus im Jahr 1951 waren die Quoten wie folgt. Piemont 3%, Valle da Oster 3%, Ligurien 4%, Lombardai 2%, Veneto 7%, Trentino Alto Adige 1%, Friuli Venezia Giulia 4%, Emilia Romagna 8%, Toskana 11%, Marche 13%, Umprien 14%, Lazio 10%, Abruzzo Emulis 19%, Campania 23%, Pulea 24%, Basilica Tern 29%, Kalabrien 32%, Sizilien 24% und Sardinien 22%. Untertitelung des ZDF für funk, 2017